Das ist deine Mutter als Kind in Berlin. Und die Frau? Das ist die Frau, die sie gerettet hat. Wenn sie war, ist es vorbei, ich gehe in Berlin. Und seitdem es nur ein Fischer in allem Deutschland gibt, wird sie finden. Ich habe sie gesagt, ich bin ein amerikaner Historiker, die Forschung auf verabschieden, während des Dritten Reiches. Sie hat mich geholfen, um zu kommen. Der Anruf hat einen Sturm von Erinnerungen in mir ausgelöst. Entschuldigen Sie das mit dem Gehör. Verstehen Sie? Ich bin, ich bin nicht. Ich war Musiker. Der macht auch Musik. Ich kann ihn nicht finden. Aber ein Mensch kann doch nicht einfach so verschwinden. Manche nicht-jüdische Männer haben ihre Frauen ins Unglück gestürzt damals. Der Vater der kleinen Ruth zum Beispiel. Aber man sagte mir, sie könnten mir helfen. Juden holen. Erteilen wir keine Auskunft. Du musst nur deine Herkunft ausspielen und deine Schönheit. Du hast es für Fabian. Von heute aus gesehen eine ganz unglaubwürdige Geschichte. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 It was just one of those things. Just one of those crazy flings. One of those bells that now and then ring. Just one of those things. It was just one of those nights. Just one of those fabulous flies.